Eine Gaming-Maus für unter 10 Euro. Ist sowas möglich? Ja, das scheint zu gehen. Und zwar mit der Battletron Professional Gaming-Maus. Von Shroud & Bull. Nicht. Die hat angeblich sogar einen Color-Changing-Mode am Start. Also da bin ich gespannt. Sie hat 8 Tasten oder Knöpfe, 1,5 Meter Kabel und eine Feuertaste. A 5K. Was steht da hinten noch drauf? Professionelle Gaming-Maus, spezielle optische Maus, ein ergonomisches Design, Beleuchtung mit 7 Farben im Wechsel. Ein geflochtenes Kabel und die Kabellänge beträgt, wie gesagt, 1,5 Meter. Okay. Machen wir mal auf. Also die Verpackung könnte schon so an mittelmäßige Gaming-Dinger... Da ist sogar ein Magnet drin, ne? Meine Güte, geht der ab. Also, äh, ja. Ah, hier ist die... Das ist die Feuertaste. Dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr schießen wollt, ne, da. Ja, da ist der DPI-Switch und hier kann man dann irgendwie die Farben wechseln. Oder nur da wechseln die Farben, wer weiß. Ich mach das Ding mal auf und zeig's euch natürlich dann auch in Aktion. Ich werd mit dem Teil dann auch eine Runde CSGO spielen. Und mal gucken, was die so kann, ne? Ob die so gut ist wie meine aktuelle. Aktuell hab ich ne, äh, Razer Death Adder Elite. Hoppala. Ist der noch weiter verklebt, oder was? Ah, haha, ja. Aber innen drin... Oh. Ach, der Hänger. Der Hänger aus dem Laden. So, wir öffnen mal. Und gucken uns hier mal direkt das Kabel an. Das sieht doch gar nicht so, äh, gar nicht so übel aus, oder? Wenn man sich das so anguckt mit Vlies. Kann ich die ganze Schose rausziehen, hier? Hm. Kann sie gar nicht rausziehen. Okay, warte. Jetzt muss ich sie... Okay, so. Ich... Oh. Sie hat sogar ein bisschen Gewicht. Ja. Also, die Tasten fühlen sich jetzt schon mal ganz normal an. Sie ist ja laut. Die kommt aus den Niederlanden. Ja, dann schließen wir den Bad Boy mal an, ne? Also, hier nochmal kurz zum Vergleich. Das ist meine aktuelle Maus. Die Razer Death Adder Elite. Schickes Ding. Äh, hat mir gute Dienste erwiesen bis jetzt. Und die ist... Oh, gut, nicht wirklich leiser, ne? Die mach ich jetzt mal weg. So. Und jetzt machen wir die ran. Gut, die, äh... Also, ich merke das kürzere Kabel auf jeden Fall. Aber hier komme ich... Hier hinten komme ich gut klar. So. Schauen wir mal. Ich hoffe, man sieht den Farbenwechsel. Die Bildschirme sind noch an, aber das müsste gehen. Sie leuchtet, wie erwartet, da hinten. Hier an den Seiten. Oben drauf. Und hier. Und sie hat tatsächlich hier diese Unterbodenbeleuchtung. Also, sie macht natürlich optisch, ähm... Etwas her. Also, gut. Wir wechseln jetzt mal auf OBS. So, schon sind wir im Spiel. Ich habe die grüne Jacke jetzt mal ausgezogen wegen dem Greenscreen. Äh, und wir gucken uns jetzt mal an, was die Maus so kann. Also, mir ist direkt aufgefallen, dass die DPI-Tasten nicht funktionieren scheinen. Ich habe hier immer dieselbe DPI. Egal, ob ich hoch oder runter drücke, ähm... Das verändert sich nicht. Oder? Verändert man das hier in einer Stelle? Kann das sein? Also, minimal mehr. Die scheinen nicht allzu genau zu sein. Also, da merke ich auf jeden Fall bei der Razer, wenn ich da drauf drücke, dann kommt auch von der Razer her ein kleines Menü. Und ich sehe, wo ich gerade stehe. Hier ist es halt lustiges Raten. Und das fühlt sich, wie gesagt, nach einem Druck nicht schneller an. Erst dann beim zweiten oder dritten Mal scheint man was zu spüren. Ich spiele eher auf der untersten. Also, drücke ich mal kurz 30 Mal runter. So, ja. Obwohl es mir fast zu langsam vorkommt jetzt. Ich drücke jetzt dreimal hoch. Immer noch nicht verändert. Noch einmal hoch. Ja, okay, jetzt. Also, was ich gerne zuallererst testen wollen würde, ist dieser Feuerknopf. Also, was hatte ich noch nie. Das wirkt so diamänglich. Das hier ist der normale Linksklickschuss. Und jetzt halte ich mal den Feiermodus gedrückt. Ich drücke jetzt hier gerade eine Taste. Durchgehen. Das ist der Feiermodus. Klack, 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 klack. Mal gucken, wie es bei der Farm aus ist. Wir gucken mal nach dem Spray. Okay, jetzt Feiermodus. Ähnlich, nur halt langsamer, ne? Aber es zählt nicht als Einzelschuss. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Art Spray-Bot, wie auch immer, dass es durchgehend gerade ausschießt. Wir machen mal direkt den Hardcore-Test jetzt hier gegen Menschen. Sie macht sicherlich auch gerade für junge Leute, wenn man vielleicht jetzt halt gerade seinem Kind so die erste Battle Station kauft. So ein altes Laptop, den man nur rumfliegen hat. Da ist es wahrscheinlich schon eine nette Sache, dann so ein Ding dazu zu kaufen. Wenn man nicht darauf Wert legt, dass das Kind irgendwie direkt mit Premium-Sachen in Berührung kommt. Diese Razer, ähm, Death Adder. Es ist die allererste gute Maus, die ich jemals hatte auf euer Anraten dann. Davor hatte ich immer entweder Erstmäuse, also die mit dem PC mitgeliefert werden, oder ich bin ins Kaufland gegangen, hab mir da eine für einen Zehner geholt. Also, sowas hier ist tatsächlich lange Zeit meine Welt gewesen. Wir, wow, wow, oh, oh! Ich glaube, du musst hier mit hoher Sense spielen. Wenn du, wenn du kurbeln musst, kurbel die Maus nicht mit. Guck mal, ich, ich fahre, ich fahre, ich versuche schnell zu kurbeln. Wenn man auf dem Mauspad... Nee, nee. Ich mache mal kurz eine... Warte mal, Jungs, ich muss noch kurz eine Bewegung machen. Gut, das geht, aber... Wenn du schnell bewegst, hört sie auf. Ich gehe gerade nach rechts, links, rechts. Das kriegt die gerade nicht mit. Oh, shit, ey! Warte mal, dann gehe ich mit der DPI mal so hoch, wie es geht. So. Das ist Hardcore-DPI hier bei der Maus. Schwer möglich, mit dem Ding schnell zu aimen. Also, du musst hier wirklich eine hohe DPI fahren, damit du, damit du dementsprechend überhaupt steuern kannst, so wie du es gewohnt bist. Ich glaube, die zittert beim, beim aimen, ne? Die zittert beim links und rechts gucken. Okay, also, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Die Maustasten scheinen zu funktionieren, ganz normal. Also, ich kann ja auch, äh... Oh, nee, warte mal. Die, die, äh, macht manchmal mehr als nur ein Klick, den ich mache. Die nimmt einfach das Signal nochmal ein Stück weiter. Okay. Boah. Ey, das... Obwohl ich High-DPI habe, ist es so kacke, sich umzudrehen, schnell. Weil sie... Guck mal! Wenn du schnell ziehst... Sie müsste eigentlich so weit gehen. So weit müsste sie gehen. Halbe Umdrehung. Was macht sie? Gut, ja, also, für eine Battlestation, für ein Neugeborenes vielleicht. Aber, ja, wenn man möchte, dass sein... Sein Kind, sein Jugendlicher, sein Schützling, sein sonst was gescheit, äh... Arbeiten können sollte, dann muss es unbedingt, ähm... Was Gescheites sein. Auf dem Desktop ist es ja, nehme ich an, genauso. Wenn du was rumziehen möchtest. Ich meine, gut, mit der Geschwindigkeit geht's ja, ja. Bei der Arbeit am PC, wenn man jetzt irgendwie Hausaufgaben oder sonst was macht, da muss man jetzt nicht, äh, so krass rumziehen. Aber, oh, Gottes Willen, die DPI machen mich kaputt. So, mein Fazit zu der Battletron, äh, Gaming-Maus, so für Office-Arbeiten, geht dir wahrscheinlich noch. Aber sobald es hier wirklich an, an, äh, etwas schnellere Mausgeschwindigkeiten geht, also sprich, die Maus über das Mauspad bewegen, von links nach rechts, dann kriegt es die Maus gar nicht mit, wenn du bewegst. Und ich habe wohlgemerkt nicht irgendwie angehoben. Ich habe einfach so gemacht. Ähm, mit der Razer, gut, die ist natürlich auch jetzt im direkten Vergleich dann schon, äh, einige Klassen halt darüber, geht das ohne Probleme. Kann ich rüberflicken, wie ich will und das Ding dreht sich. Hiermit nicht. Die bleibt einfach stehen, hat man ja gesehen, ne? Oder aimt auf den Boden, obwohl du eine gerade Bewegung machst, geht sie nach unten. Ähm, also insgesamt eher wenig zu gebrauchen. Vielleicht als absolute, äh, oh, ich habe keine Maus mehr, jetzt muss ich halt die für einen Tag nehmen. Maus könnte sie geeignet sein, aber nicht, wenn ihr bei einem Turnier mitspielen wollt oder sowas, weil, ja, das ist, das ist scheiße. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, wir sehen uns dann im morgigen Video und heute Abend im Livestream um 18 Uhr. Äh, toll, ciao. Bis zum nächsten Mal.